hallo meine hallo liebe leute hallo meine freunde ich wollte mich heute mal einreihen in das top 5 wieder alles neu hallo leute hallo meine freunde hallo leute hier den wollte ich euch mal zeigen den modobot ich weiß gar nicht ob man das erkennen kann hallo meine freunde ich wollte euch mal das gigantensteig ein in die welt der gegner hallo meine freunde hallo liebe leute ich wollte euch heute mal jemanden vorstellen den ihr alle gut kennt manche finden ihn nicht so cool weil er manchmal lusten so hallo master fans hallo leute hallo meine freunde heute habe ich wieder ein sehr cooles video für euch also das ist das einzige was ich mir von den classics gekauft habe neben dem intern an die turn ja skelett